Zu dem Preis gibt es woanders nur die Fußmatten. Mieten Sie den Smart für nur 19,95 Euro pro Tag bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung. Ja, hallo liebe Freunde von Elbgeck TV, Michael Fischer, jetzt momentan Ex-Trainer der Software Pinneberg. Hier meine Top 3 der Dinge, die ich als jetzt nicht mehr aktiver Trainer momentan vermissen werde. Auf Punkt 3, man mag es kaum glauben, aber es sind die Schiedsrichter, mit denen ich mich irgendwie wöchentlich geliebt und gekabbelt habe. Ich glaube, dass wir in Hamburg da wirklich sehr, sehr gute Jungs und auch Mädels haben, im Gegensatz zu anderen Bundesländern. Es hat immer viel Spaß gebracht mit euch, auch wenn man sich dann ab und zu mal so ein bisschen freundschaftlich Nase an Nase gestanden hat, aber das werde ich mir schon vermissen. Top 2 dieser Rangliste sind mit Sicherheit die Kollegen, die ich vermissen werde. Das hat immer sehr viel Spaß gemacht, auch sich dort an der Seite so ein bisschen zu reiben, aber am Ende sich in den Arm zu nehmen, auf den Pickhars ein Getränk und einen Keks zu sich zu nehmen. Und letztendlich hat es mir auch gezeigt, was ich bekommen habe an Nachrichten in den letzten Tagen, dass wir, glaube ich, immer ein sehr, sehr gutes Verhältnis haben. Und da werden mir ganz, ganz viele ganz doll vermissen. Und das Dritte sind natürlich meine Jungs, also meine Mannschaft, die ich vermissen werde, weil das ist natürlich schon etwas, was sich da aufgebaut hat. Und der Spaß, die Atmosphäre, mit den Jungs arbeiten zu können und gemeinsam auch Spaß zu haben, das wird mir sicherlich am meisten fehlen. Alles Gute euch. Dankeschön. Bis dann. Weit unter Tarif bezahlt, mault aber nicht. Mieten Sie den Vito für nur 6,90 pro Stunde bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung. Musik 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 Vielen Dank.